Hallo, in diesem Video nur ganz kurz erläutert, was es derzeit mit GameStop oder GME auf sich hat. Denn die Geschichte hat es teilweise schon in die Abendnachrichten geschafft. Fun Fact, es hat überhaupt nichts mit GameStop selber zu tun. Die sind hier in dem ganzen Teil nur ein Spielball. Schauen wir uns die Spieler genauer an. Grob vereinfacht, hier mal aufgeführt. Dass es Menschen gibt, die Geld haben, das sind Fakten, die kann man nur in unseren Videos lernen. Jetzt gibt es aber weiter noch Menschen, die haben Geld und die wollen noch mehr Geld. Ja, auch das hat mich überrascht. Wer besonders viel Geld hat, das sind in der Regel sogenannte Hedgefonds. Hedgefonds werden umgangssprachlich auch mal Heuschrecken genannt. Weil sie entsprechend über Unternehmen herfallen, alles wegmampfen und dann weiterziehen und das Unternehmen, in das sie investiert haben, am Ende schwächer zurücklassen, als es zuvor war. Ja, eigentlich ist die ganze Geschichte rund um Aktien und Unternehmensbeteiligungen ja so geplant, dass man sich an einem Unternehmen beteiligen soll, um dann auch am Erfolg des Unternehmens teilnehmen zu können. Dass Theorie und Praxis aber nicht unbedingt das Gleiche sind, das wissen wir natürlich auch. Und hier ist das Ganze jetzt mal so pervertiert, dass es im Aktienhandel sogenannte Leerverkäufe oder Shorts gibt. Und bei Shorts oder Leerverkäufen ist das Ganze so, dass der Teilhaber darauf wettet, also der, der sich am Unternehmen beteiligt, dass der darauf wettet, dass das Unternehmen im Grunde stirbt oder zumindest der Aktienkurs fällt. Der Teil, der muss jetzt etwas weiter erläutert werden. Insoweit müssen wir hier in die Tiefe gehen. Nachfolgendes ist natürlich trotzdem immer noch stark vereinfacht dargestellt. So, wir haben jetzt hier einen Anbieter. Wir haben hier unseren Hedgefonds und wir haben den Aktienmarkt auf der rechten Seite. Der Hedgefonds geht jetzt hin und leiht sich in unserem Beispiel 10 Millionen Aktien von dem Anbieter. Das heißt, die Aktien wandern zu ihm. Und mit der Leihe sagt er natürlich, okay, ich gebe die Aktien zurück und zwar in einer bestimmten Zeit. Nehmen wir einfach mal an, 6 Monaten. Und das Ganze eben jetzt für 10 Euro pro Aktie. So, das ist der derzeitige Kurs. Ergo geht er hin und sagt sich, gut, jetzt verkaufe ich die Aktien, die 10 Millionen, die ich habe, für die 10 Euro am Aktienmarkt. Das heißt, er bekommt 100 Millionen. Die Aktien wandern weiter in den Markt. Und er hat die Aktien hier nicht mehr. Jetzt verstreichen die 6 Monate und wir gehen jetzt mal davon aus, alles entwickelt sich da so, wie er das geplant hat. Das heißt, der Kurs fällt in der vorgegebenen Zeitspanne auf 9 Euro. So, jetzt geht er hin. Die Zeit ist abgelaufen. Er muss die Aktien jetzt wieder zurückgeben. Ergo, er muss sie aber vor dem Zurückgeben erst kaufen. Das heißt, die Aktien wandern hier hin. Er muss die 90 Millionen da bezahlen. Denn am Ende gibt er die Aktien ganz zurück. Und man sieht, gut, er hat mit der Nummer jetzt gerade 10 Millionen verdient. Für alle, die sich jetzt fragen, wieso kann der da einfach irgendwelche Aktien leihen, das geht natürlich über Optionsscheine. Wie gesagt, ist vereinfacht dargestellt. Und Melvin Capital oder der Hedgefonds muss natürlich hier was bezahlen. Aber das ist jetzt hier nicht dargestellt worden. Also, soweit der Plan. Das Problem wird nur, wenn sich halt der Kurs nicht so entwickelt, wie geplant. Der Hedgefonds, damit das funktioniert, braucht natürlich jetzt ein Unternehmen, bei dem man davon ausgehen kann, dass es nicht besonders gut läuft und dass es auch in Zukunft nicht unbedingt besser wird. Jetzt gerade bei der Pandemie ist das gar nicht so schwer. Da hat er sich rausgesucht GameStop. Das ist eine Filialkette mit dem Hauptthema Spiele. Jetzt nicht unbedingt für Computer, auch für Xbox und so weiter und so fort. Aber eben Filialen und Spiele. Und da kann man sich recht einfach ausrechnen. Jetzt mit der Pandemie, da läuft das Geschäft nicht besonders gut. Die sind auch in Deutschland. Und ja, wie gesagt, da sind zurzeit alle Filialen dicht. Das heißt, da wird im Grunde überhaupt kein Geld verdient. Oder zumindest nicht viel. Das ist vorhersehbar. Also wird hier geschortet. Das jedenfalls hat sich die Heuschrecke gedacht. Deswegen nochmal zurück zum Beispiel. Also, die entsprechenden Aktien wurden verkauft. Und nach sechs Monaten, jetzt ist der Leerverkauf abgelaufen. Die Aktien müssen zurückgebracht werden. Das heißt, unser Hedgefonds muss jetzt die Aktien zurückkaufen. Allerdings, wie gesagt, der Kurs ist jetzt nicht mehr bei 10 Euro das Stück. Sondern der Kurs hat sich inzwischen, im Beispiel von GameStop, bei der Erstellung des Videos hier, das ist der Kurs Sonntagabend, auf 325 Euro erhöht. Oder streng genommen Dollar. Das bedeutet, er muss jetzt seine 10 Millionen Aktien zurückkaufen. Nur kosten die jetzt nicht mehr 90 Millionen, wie eben geplant. Sondern jetzt kosten die mal eben 3,25 Milliarden. Das sind dann schon mal durchaus Größenordnungen, die auch die Standard-Heuschrecke nicht so einfach verdaut. Hier mal der Aktienkurs von GameStop in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist eine Spanne von vier Jahren. Also, ich glaube, Mitte 2017. Und ja, da sehen wir halt eben genau die Entwicklung. Langsam, aber sicher. Naja, der Retail-Markt für Computerspiele oder Computer und Spiele sinkt halt nach und nach. Die meisten, wahrscheinlich auch bei den Zuschauern, werden sagen, Moment mal, Spiele kaufe ich über Steam. Und wenn ich sonst noch was anderes brauche, dann wird das oftmals auch da dort einfach im Versandhandel gekauft. Also, ich sehe da nicht die Massen noch in den Laden strömen. Insoweit, der Aktienkurs reflektiert das Ganze. Allerdings, der Kurs endet hier kurz vor dem Knall. Denn seit Anfang des Jahres, das ist jetzt hier der Aktienkurs ebenfalls, seit dem 4. Januar, da war das Ganze relativ am Boden. Und dann hier ab dem 11. Januar 2021, da hat sich erstmal angefangen, das Handelsvolumen entsprechend zu erhöhen. Und kurz darauf folgt dann eben auch der Aktienpreis. So, das sind die entsprechenden Schlusskurse. Da haben wir mal 350. Dann ist hier was anderes passiert. Da komme ich gleich noch drauf. Und am Ende jetzt hier 325. Ja, und je nachdem, wann Sie das Video sehen, hat es da schon die Fortsetzung gegeben. Ansonsten einfach mal drauf achten. Aber Montag geht es da weiter. Also stellt sich doch die Frage, was ist denn da genau passiert? Hat der Hedgefonds sich etwa so vertan, dass er auf fallende Kurse spekuliert hatte? In Wirklichkeit allerdings der ganze Kurs explodiert? Oder haben die in den Filialen vielleicht Öl gefunden? Soll ja möglich sein. Ist es aber nicht. Denn das Internet ist passiert. Und angefangen hat es im Internet bei Reddit. Da gibt es entsprechende Unterforen und in dem Subreddit über Aktien und Wallstreet mit dem Namen Wallstreetbets, also Wetten auf die Wallstreet. Nun, da hat es angefangen. Einem im Forum hier, dem ist aufgefallen, dass es unnatürlich viele Shorts, also Leerverkäufe, auf die Aktie von GameStop gab. Und er hat das dann dort publik gemacht. Und das ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich kann absolut nicht sagen, warum das auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Da gibt es mehrere Theorien. Und wahrscheinlich sind alle richtig. Ich hatte dazu eben mit einigen Zuschauern auf Twitch einen Stream. Und dort wurde angegeben, wie gesagt, ich halte die alle drei für absolut plausibel. Oder alle zwei. Und zwar, viele von denen, die jetzt hier so getriggert waren, haben die 2008er Finanzkrise am eigenen Leib erfahren. Zum Beispiel, weil den Eltern das Haus weggenommen wurde. Oder und der Job. Und das mehr oder weniger genau wegen solchem rücksichtslosen Verhalten von anderen. Andere agieren wohl aus Nostalgie. Quasi, das ist der GameLaden. Oder ich habe meine Kindheit in irgendeinem GameLaden verbracht, von wegen im Laden rumstöbern mit Freunden. Sich über die neuesten Spiele unterhalten, austauschen und so weiter. Und naja, sowas soll nicht Objekt der Spekulation sein. Und haben sich deswegen der Geschichte angeschlossen. Die Nummer hat sich dann entsprechend hochgeschaukelt. Schwappte dann von dort auf andere Foren. Zum Beispiel 9Gag. Und auf einmal liest man überall nur noch halten und to the moon, also zum Mond, für die Richtung, in die sich der Aktienkurs bewegen wird. Oder zumindest soll. Das Überschwappen hat dann unter anderem dafür gesorgt, dass eben hier Alexandria Ocasio-Cortez, das ist eine amerikanische Politikerin, die ist auch darauf aufmerksam geworden. Und hat das eben auch bei, ich sag mal, unter ihrer Anhängerschaft publik gemacht, dass hier gerade irgendein Unternehmen zum Spielball der Finanzwirtschaft wird. Und dann ebenfalls Elon Musk. Der hat das auch getwittert. Dem ist das auch zu Ohren gekommen. Und bei Elon Musk haben wir das Phänomen ja schon öfters beobachten können. Der hatte ja auch vor vier Wochen schon mal getwittert von wegen, hört mal hier, WhatsApp ist doch eh alles der letzte Dreck. Nehmt einfach Telegram, ist viel, viel besser. Oder eben Signal. Und schon sind bei Telegram und bei Signal die Server zusammengebrochen, weil die dem Ansturm nicht gewachsen waren. Insoweit, die haben das Ganze dann eben verstärkt. Wobei Elon Musk nicht ganz aus, ich sag mal, nicht ganz selbstlos agiert hatte. Der hat noch ein persönliches Interesse daran. Und zwar hier, Melvin Capital hatte die Geschichte mit den Leerverkäufen, also auf den fallenden Kurs spekulieren und damit dem Unternehmen im Grunde schaden. Das hat er auch schon mal bei Tesla versucht, vor nicht allzu langer Zeit. Und das wusste Elon Musk natürlich. Insoweit hat er wohl auch die Gelegenheit genutzt, hier jetzt mal ein wenig zurückzuzahlen. Durch das entsprechende Pushen hier, wie gesagt, sind natürlich auch ganz andere noch auf das Boot aufgesprungen. Von wegen, naja, wenn Elon Musk das schon alleine so pusht, dann investiere ich da jetzt auch mal ordentlich in die Aktie. Die wird schon nach oben gehen. Und wenn es nur kurzfristig ist. Das ist übrigens der Teil, den wir dann auch noch in den nächsten Tagen sehen können, wie kurzfristig das ist. Fakt ist aber auf jeden Fall, er, wie eben gesagt, also Melvin Capital, die müssten die Aktien jetzt zurückkaufen. Laut eigener Aussage haben die schon alle Aktien zurückgekauft. Das heißt, sie haben eine offizielle Pressemitteilung rausgegeben. Wir sind raus. Das hat ihm allerdings so großen Schaden zugefügt, dass er sich hier bei den anderen beiden, ich sag mal, nachfinanzieren musste. Und Schaden hat er genommen und das nicht zu knapp. Als ich mit den Recherchen über das Video hier begonnen habe, habe ich mir natürlich entsprechende Informationen zusammengestellt. Und das mache ich dann manchmal auch über Screenshots und so weiter, um nachher noch zu wissen, wo die Informationen herkommen. Und natürlich habe ich auch bei Wikipedia eben Melvin Capital aufgerufen. Und das ist quasi der Stand von Sonntag 16 Uhr. Und ich erkläre das natürlich nachher noch genauer. Auf jeden Fall steht dann hier auf der Webseite, auf Wikipedia hier, die, naja, das Vermögen, das er verwaltet oder Melvin Capital verwaltet, belief sich im Januar 21 auf 12,5 Milliarden Dollar. Und ja, wie gesagt, das war der Screenshot von ungefähr 16 Uhr. Und als ich dann nachher loslegen wollte, dann habe ich dann die Seite nochmal aufgerufen, diesmal hier eben im Webseite. Naja, und da hat sich das Ganze dann schon geändert. Jetzt steht hier nur noch 8 Milliarden. Das heißt, der hat 4,5 Milliarden verloren. Natürlich nicht in der Zeit, in der ich das Video hier erstellt habe, sondern der Artikel ist nur aktualisiert worden. Der ist aber aktualisiert worden aufgrund des neuen Kurses und der Tatsache, dass er eben die Aktien kaufen musste. Das heißt, der hat ungefähr etwas mehr als 33 Prozent von seinem Unternehmen durch die Nummer verloren. Denn die Frage, die sich jetzt noch stellt ist, hat er denn wirklich alle Aktien schon zurückgekauft, um die zurückzugeben? Er darf natürlich nicht einfach behaupten, dass er es gemacht hat, wenn er es nicht wirklich gemacht hatte, weil die amerikanische Aktienaufsichtsbehörde, die hätte da noch ein Wort mitzusprechen. Aber er kann natürlich entsprechende Tricks anwenden, von wegen, ich schiebe mal die offenen Positionen in eines von den zwei anderen Unternehmen. Die nehmen mir das mal gerade ab, damit ich halt die Lüge vom Stapel lassen kann. Wenn ich das sage, dann stimmt das. Und ein paar Minuten später hole ich es mir halt wieder zurück. In der Hoffnung, dass jetzt die entsprechenden Aktieninhaber sagen, Moment mal, der muss die Aktie nicht mehr kaufen, dann wird die Aktie fallen, also ich jetzt raus hier. Und das ist genau der Teil, den wir am Montag sehen werden. Also entweder fällt das Teil wieder ins Bodenlose, oder eben die Jungs halten alle dicht, deswegen hier in dem immer halten, eben wenn nämlich keiner die Aktien verkauft, dann muss die Aktie logischerweise immer weiter steigen. So. Kommen wir deswegen abschließend zum letzten Punkt, zur moralischen Seite. Denn genau solche Geschichten, wenn sich mal was bewegt, ruft auch immer Moralapostel auf den Plan. Und Moralapostel, da bin ich ja genau richtig, das habe ich ja auch mal ein Semester studiert. Insoweit weiß ich genau, wovon ich nicht spreche. Hier jetzt mal beispielhaft an einem Kommentar, Flashmob verklärt die Zockerei, da hat sich also jemand überhaupt keine Zeit genommen, sich in das Thema einzuarbeiten, denn das war nicht nur der Flashmob. Dass er den Aktienhandel dann auch noch selbst als Zockerei bezeichnet, naja, das hört sich alles schwer danach an, von wegen, buhuh, wir sind abgezockt worden, wo wir doch eigentlich die sind, die andere abzocken wollen. Äh, naja, da kommt zumindest bei mir erstmal Freude auf, dass die Manipulateure manipuliert wurden. Das ist schon fast manipulierend stimulierend. Denn, machen wir uns nichts vor, Melvin Capital, in dem Szenario sind die jetzt einfach mal die Bösen. Vielleicht hätten sie nicht so eins auf die Nase verdient, aber, naja, zumindest doch. Bedenkenträger werden natürlich jetzt nicht müde darauf hinzuweisen, dass auch solche Hedgefonds durchaus schon mal Gelder von Kleinanlegern verwalten und wenn die dann pleite gehen, dann ist natürlich auch das Geld von Kleinanlegern weg. Kann alles theoretisch sein, ist aber zumindest hier nicht der Fall. Denn Melvin Capital wird nicht irgendwo an der Börse gehandelt, das heißt, Oma Erna kann da nicht dran beteiligt sein, die hat also auch nicht ihr Geld verloren. Natürlich ein anderer Hinweis hier, nein, da auch nicht, aber hier. So, da haben wir hier Holger Cepitsch, der hat dann direkt darauf hinweisen müssen, dass die Reddit-Armee 3,7 Trillionen, das sind allerdings nach amerikanischer Zählweise, das müssten bei uns Billiarden sein oder Billionen, egal, ich sag mal, an Kapital vernichtet wurde, weil eben der Hedgefonds gezwungen wurde, um die Rechnung zu bezahlen für die Aktien, die er kaufen musste, hat er natürlich auch sogenannte Long-Term-Positionen abstoßen müssen. Das heißt, er hat nicht nur gezockt, sondern die hatten auch zum Beispiel Aktien von Amazon oder Tesla und so weiter und so fort, Aktien, die sie eventuell länger behalten wollten. Jetzt brauchten die aber zur Bezahlung der Rechnung unbedingt Geld, ergo haben die diese Langzeitpositionen auch abstoßen müssen. Das soll sich dann hier niederschlagen in der entsprechenden Kurve. Das heißt, theoretisch, so Aktien wie Amazon, die sind dann halt auch ein bisschen mit nach unten gezogen worden. Aber auch da hält sich ehrlich gesagt mein Mitleid in Grenzen. Denn ja, dann fallen die mal einen Tag, aber jeder weiß, dass da die Werte, ich sag mal, stimmen. Insoweit holen die das ruckzuck wieder auf. Also hier rumzuheulen, Holger, ist wirklich nicht notwendig. Nicht jetzt hier in dem Beispiel. Außerdem dazu, nur weil du eine Heuschrecke bist und zockst, hast du nun mal keinen Anspruch darauf, dass die anderen nicht eins auf die Nase hauen. Also, hmm, ziemlich schwache Position. Denn machen wir uns nichts vor, zur Erreichung der Ziele machen Heuschrecke auch keinen Halt davor, Kapital von anderen zu vernichten. Also, hier kann man sich höchstens darüber beschweren, dass man mit den eigenen Waffen geschlagen wurde. Aber abschließend noch ein letzter Teil, nämlich hier in unserem Szenario, Wer spielt hier überall mit? Da haben wir auch Robinhood. Das ist ein Aktienhändler. Hat hier einen grünen Pfeil. Und zwar, die haben, als es richtig brenzlig wurde, den Aktienhandel mit Aktien von GameStop und theoretisch noch einigen anderen ausgesetzt. Und das riecht jetzt schwer nach Korruption, weil derzeit noch nicht klar ist, warum haben die den Aktienhandel ausgesetzt. Von wegen, wolltet ihr den anderen da zu Hilfe kommen, dass der Aktienkurs nicht einfach nur steigt? Denn abgesehen von Robinhood in den USA hat das in Deutschland eben auch Trade Republic heißen die, glaube ich. Die haben das auch gemacht. Und das hat auch in Deutschland schon die Justiz auf den Plan gerufen. Das werden wir also auch noch beobachten müssen, warum Trade Republic, die sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben haben, für die kleinen Anleger da zu sein, einfach den Handel einstellen. Scheinen die nicht ganz so genau zu nehmen, wenn die Anleger die falschen Aktien kaufen. Offiziell natürlich zum Schutze der Anleger. Andere sprechen da aber schon von Korruption. Insoweit, das werden wir also weiter beobachten. Und Sie heute einfach mal nach GME Aktienkurs suchen. Denn es gibt eine Bauernweisheit, geht der Kurs nicht nach unten, geht der Kurs nach oben. Ja, auch sowas kriegt man nur in den Videos hier mit. Man darf also gespannt sein. Okay.